Und die sagt zu dir, ey, du bist so doof. Und es ist nur das Wort doof. Du bist so dumm. Wir reden gleich über das Thema weiter. Was für ein Moment. Ey, 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 ey. Ist es nicht wunderschön? Es ist so klein. Warum bist du so klein? Du sollst das größte Weilord sein. Das hat sich gereimt. Nice. Wie fangen wir das jetzt? Vielleicht bleibt es auch drin. Und dann bei den letzten Heilbälen, wenn es nicht drin bleibt, dann machen wir Druckschlag. Oder so. Immer diese Sorgen, die man sich davor macht. Haben wir Square Sparkles? 1 zu 16. Aber sind nicht wilde Pokémon immer mit Square Sparkles und nur Eier unterscheidet sich? Es sind Square Sparkles. Oh, der war gut.